Ja, hallo ihr Lieben, Christian Menschenmeier, Patrick Apo, beziehungsweise Rolstein von Ziviloge und so fort. Und ja, wir haben heute einiges vorzubesprechen. Geht um, wollte ein bisschen was sagen, ein bisschen was Allgemeines mal sagen zur Gesellschaft, gerade so, wie ich das so erlebe, dann auch zum Ende mehr zum Glücks- und Flugangstkursen, beziehungsweise wie das Gesamtkonzept, wie das da reinpasst, meine Arbeit, weil es auch da auf ein größter Alphilom-Standard zum Dealbreaker geht, so. Finde ich eigentlich total spannend und mal gucken, was wir da, ich habe es eigentlich auf dem Zettel auf jeden Fall. Gut, als erstes mal Selbstliebe-Challenge, da hatten wir einen Fehler, teilweise stand da 1.4. und 1.3. Sorry dafür, wir haben uns jetzt trotzdem entschieden für den 1.4., weil das eigentlich der Plan war, dass Leute nicht parallel Selbstliebe-Challenge und Selbstbehauptungs-Challenge machen müssen in einem Monat. Das ist vielleicht ein bisschen tough, weil die läuft ja gerade Selbstbehauptungs-Challenge und deswegen, ja, geht es dann halt 1. April los und ist auch immer gut, wenn man so als Gruppe startet, das ist dann irgendwie cooler. Ja, genau, das mal kurz dazu, dann, genau, was mir so in Gesprächen mit Klientinnen und Klienten aufgefallen, so, was schon länger auffällt, da wollte ich auch nochmal einen Tacken zu sagen. Ja, das, was ich so total, also ich meine, ich habe jetzt auch keine Lösung für, aber wir haben ja so viel Social Media und man kann sich ja so viel connecten vor und zurück, so, aber im Endeffekt, ja, strugglen eigentlich alle meine Klienten mit Freundschaften irgendwie. Also, ich kenne das Thema ja auch, gut, ich bin jetzt auch gerade umgezogen und, also, struggle mit Freundschaften, die irgendwie zerfallen vor den Augen irgendwie, ist schwer, was Neues zu finden und obwohl wir so viele Möglichkeiten haben und das addiert sich natürlich auch zu den Themen, immer weniger Leute sind in Beziehung, immer mehr Leute sind Single, vor allem, scheinbar, vor allem immer mehr Männer sind Single und, ja, Front, aber gut, allgemein sind immer mehr Leute Single und wahrscheinlich, wenn man jetzt eine Studie suchen würde, könnte man wahrscheinlich auch finden, dass die Menschen weniger Freunde haben, ich weiß es nicht. Was ist da los? Schreibt es doch gerne mal in die Kommentare, weil, auf jeden Fall ist da irgendwas im Umbruch, das muss ja auch nicht per se schlecht sein, vielleicht sind doch einfach die Standards höher von den Menschen und sie akzeptieren nicht mehr so viel Bullshit und so Pseudo-Freundschaften oder Pseudo-Beziehungen oder toxische Beziehungen, das wäre natürlich ein guter Aspekt. Trotzdem ist es manchmal eben nicht so, weil du schickst jemand raus, man sagt ja immer so eine Tür, du schließt eine Tür, eine andere Tür öffnet sich, also so einfach ist es, glaube ich, manchmal nicht. Oder es dauert dann zumindest und dann wird man vielleicht ungeduldig, das ist eigentlich eine schwierige, auch eine schwierige Phase in der Umprogrammierung des Liebeschips, wo man eigentlich schon relativ weit ist und trotzdem, ja, also dann vielleicht so einen Seelenfrieden hat für sich, aber, ja, vielleicht aufgrund der höheren Standards, Freundschaftsbereich, ich, man waren es dann wirklich Freunde, das kann man natürlich diskutieren, wie gesagt, schreibt gerne mal in die Kommentare, Freundschaftsbereich irgendwo zusammengebrochen ist und vielleicht hängt es auch immer noch mit dieser Post-Pandemie-Zeit zusammen, da denkt zwar, kommt noch jemand dran, aber das war ja schon ein entscheidendes Ereignis und vielleicht ist es immer noch so, dass die Menschen mehr mit sich beschäftigt sind, immer noch viel zu Hause sind, nicht mehr so viel rausgehen, ich meine, es sieht zwar jetzt nicht so aus, wenn man unterwegs ist, aber keine Ahnung, könnte auch sein, also ich finde sowieso, dass gerade so viel, ich finde schon, also ich weiß nicht, vielleicht war es auch schon immer so, mir fällt es so auf, dass die ganze Gesellschaft sich komplett verändert, also es ist wirklich Wahnsinn. Also, aber mal mehr dazu, weil ich werde da auf meinem Ball bleiben auf jeden Fall und da mal öfter was zu machen, glaube ich, weil das scheint mir echt eine krasse Veränderung zu sein. Ja, Glückskurs ist ja draußen und jetzt auch der Fluggangskurs und das hängt alles sehr eng zusammen, also diese neuen Mentalheld-Kurse. Ich wollte mal einmal so einen Bogen spannen, weil, ja, klar, die meisten Menschen sind so mit ihren Beziehungssachen beschäftigt, bei mir natürlich sowieso, ist ja meine Spezialität, aber, ja, es gibt da tatsächlich neue, wirklich spannende, neue psychologische, also relativ neue psychologische Entwicklungen und das ist wirklich so der letzte Shit, den ich da in diesem Glückskurs verarbeitet habe. Und es heißt Glückskurs, aber es geht natürlich auch viel um, wenn man halt nicht so glücklich ist und das ist jetzt kein Sunshine-Kurs, der alles irgendwie rosa-rot streicht oder Sonnenblumen-gelb irgendwie, sondern einfach erklärt, warum wir damit so strugglen, warum es so schwierig ist, dauerhaft so richtig happy zu sein und was es auch mit unserer, ja, stammesgeschichtlichen, biologischen, neurobiologischen Ausstattung zu tun hat, weil wir als, wir haben halt schon so ein Programm, das muss wohl evolutionär von Vorteil gewesen sein, ja, immer den Hacken zu suchen, ne, was könnte denn jetzt schieflaufen, ne, das scheint für den Urmenschen das Überleben sehr gefördert zu haben, was könnte jetzt schieflaufen, was könnte noch passieren und das führt halt zu so einem, nennen das immer so, zu so einem Radio im Kopf, was die ganze Zeit so, das könnte passieren, dies könnte passieren und das ist nicht immer neurotisch, in Anführungsstrichen, sondern das ist auch Teil unserer Prägung, das zu verstehen und da sein Gehirn einfach besser zu verstehen, ich glaube schon, dass das eine Menge weiterhelfen kann, so, ne, und was hat das Ganze mit Standards und Rebellion zu tun? Also, wenn du diese neuen Kurse machst, wirst du feststellen, dass es letztlich, du, also dieses Ganze, was ich so mache, diesen Fokus aufs Erwachsenen-Ich, Fokus auf diesen inneren Chef in dir sozusagen und wenn du dieses innere Team in dir vorstellst, Fokus auf dieses Oberhaupt in diesem inneren Team, das, was ja auch in diesen Liebeschiff-Kursen ist, so in dieses Erwachsenen-Ich gehen, so, was passiert hier eigentlich, nicht so dieses Kind dich ansteuern lassen, das setzt sich in diese neuen Kurse halt fort, dass du sagst, hey, ich bin nicht bereit, halt hier irgendwelche sinnlosen Befürchtungen oder Miesmacher ansteuern zu lassen, mich einfach nicht bereit zu, vielleicht muss ich das manchmal ertragen, dass es da so innere Stimmen im Kopf gibt, aber, ja, ne, ich gehe meinen Weg und da kommen sozusagen die eigenen Standards wieder mit rein. In diesen neuen Mental-Kursen geht es ja viel um Standards, die du dir selbst setzt, ne, dass du dich zum Beispiel nicht von irgendwelchen blöden inneren Glaubenssätzen oder, sie sind doch gar nicht immer Glaubenssätze, also bestimmten Eigenarten, die unser Gehirn hat, dass du dir einfach nicht davon die Laune vermiesen lassen willst, so, und, äh, dass du eben auch für dich so ein Commitment hast, dass du eben Sachen machst oder lässt, also, dass du dich, die dir einfach nicht gut tun, ne, oder eben Sachen machst, wo du weißt, die sind jetzt wichtig und, äh, insofern ist auch, da schließt sich wiederum dieser Flugangstkurs, das ist ja so eine Lifestyle-Befürchtung, die viele haben, setze ich das auch wieder so fort, äh, für mich ist das so ein Spezialthema, wie gesagt, da werde ich auch nochmal mehr drüber machen, weil das so die, die sozusagen singulärste, krasseste Sache ist, mit der ich mich, ähm, lange rumgeschlagen habe irgendwie und auch, ja, kann ich auch nicht überhaupt nicht sagen, dass das, ist immer wieder eine Sache, die ich so im Griff behalten muss, sag ich mal, äh, so, dass man nicht gerne fliegt, obwohl ich schon, ähm, 50, ich weiß nicht, 50, 60 Flüge, also wie wahrscheinlich die meisten, äh, also jetzt so eine Kurzstreckenflüge mit reinzieht, gemacht habe, ähm, und viel persönliche Erfahrung damit habe, dachte ich mir, mach ich mal, äh, einen Kurs dazu, der ist ja jetzt gerade raus und auch das, irgendwie, wenn ihr diese neuen Mentalheld-Kurse finden wollt, ich packe den Link hier nochmal drunter, dass, die sind unter dem Mentalheld-Reiter oben oder einfach liebesche.de, Schrägstrich Mentalheld oder auch, ähm, ich hätte sogar eine eigene Domain da gemacht, ähm, mhm, 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 naja, aber momentan findet ihr es jetzt, glaube ich, noch am besten unter, die Eier Mentalheld.com ist das dann, genau, da könnt ihr jetzt auch finden, äh, leise ich da letztlich auf die Libeschip weiter, seid aber nur weiter im Moment, sehe ich gerade hier, naja, ähm, genau, Also da ist eben diese Standards, dass du sagst, hey, ich muss auf eine Hochzeit in die Türkei oder ich muss auf einen Geschäftstermin nach Barcelona und es wird jetzt geflogen, fertig, das ist mein Standard. Ich lasse mich nicht von irgendwelchen sinnlosen Ängsten, da lasse ich mich jetzt nicht limitieren, sondern es wird einfach gemacht und fertig. Und also dieses Commitment zu sich selber und dieses klare Halten von Standards zu sich selber, auch wenn manchmal die Emotionen anders sind, das ist eben auch groß ein Thema in diesem Kurs, natürlich auch mit vielen Tipps und Tricks. Und weil, ich meine, klar, ich bin da jetzt ein bisschen andere Generation, aber ja, für meine Kinder und alles, was danach kommt, egal wie sich Klima, also meiner Ansicht, es ist nur meine Persönlichkeit, egal wie sich die Klimakrise entwickeln wird, ich meine, selbst die Klimaaktivisten fliegen, also es wird geflogen werden und es wird das Normalste der Welt sein, wenn du da nicht mitkannst. Es ist scheiße irgendwie, oder nicht mit Wilds oder Klassenfahrten werden viel mit Fliegen gemacht und gesagt, unsere Kinder wachsen damit auf und also meiner Ansicht nach, dass sich irgendwie der Flugverkehr einschränkt, halte ich für völlig absurd, wird nicht passieren. Vielleicht werden die Flugzeuge umweltfreundlicher und so, aber die Menschen werden weiter fliegen wollen und werden dich mitnehmen wollen. Und Fliegen geht halt, vor allem, wenn man es nicht von Kind an gemacht hat, geht halt gegen viele dieser inneren Sachen, weit weg vom Boden sein, sich schnell bewegen, in der Röhre sein, ja, was wir halt nicht so mögen. Oder, ja, wie soll ich mal sagen, was eben auch so Grundängste betrifft und gleichzeitig ist Fliegen ja, ist ja wahrscheinlich sicherer irgendwie nach New York zu fliegen, als mit dem Auto von München nach Hamburg zu fahren. Also wahrscheinlich viel sicherer, trotzdem, ja, spielt uns da unsere Psyche gerne mal einen Streich. Ja, ansonsten, genau, ich finde das wirklich krass, wie gesagt, mit der Gesellschaft. Ich hatte ja in dieser Corona-Zeit so auch die Hoffnung, dass das, da war ich irgendwie sehr optimistisch mal, dass es jetzt mal so richtig so einen Schub gibt, dass die Leute mal aus dem Ego rauskommen und was weiß ich. Aber, wie gesagt, vielleicht sind wir immer noch eine vierte Dimension in dieser Übergangszeit, die so ruppig ist, die ich hier mal im letzten Buch geschrieben habe. Äh, aber, ja, ist schon heftig. Manchmal denkt man ja, es geht überhaupt nicht voran, die Leute sind einfach noch oberflächlicher, noch mehr im Ego als sonst. Ich weiß auch nicht, schauen wir mal, wo das hingeht. Genau, da wollte ich noch was sagen zu der Video-Häufigkeit und auch dieser Patreon-Geschichte, wer das mitgekriegt hat. Ähm, also, danke erstmal für das ganze Feedback, was ich da nochmal bekommen habe. Ich überlege, ob ich trotzdem so einen Patch-Win aufsetze für Leute, die mich ein bisschen extra unterstützen wollen. Aber vielleicht ist dieser Medienwechsel auch schwierig. Also, jetzt haben auch wieder einige so eine Kanal-Mitgliedschaft abgeschlossen, das ist auch, freue ich mich sehr drüber. Und, ähm, ich habe mir jetzt überlegt, momentan sieht es so aus, wenn ich immer noch viele Videos produzieren würde. Ähm, die Änderung, die ich jetzt gemacht habe, ist, dass ich nicht mehr vorproduziere, ne? Also, ich gucke jetzt einfach, habe ich an dem Tag Zeit und Energie und Lust und dann mache ich, ähm, ein Video und gerade ist so eine Zwischenzeit, mein Buch gerade abgegeben und, und vielleicht, äh, also es wird nicht mehr so regelmäßig sein und vielleicht ist es dann trotzdem mal viermal die Woche und vielleicht ist es manchmal nur einmal die Woche oder gar nicht, ähm, ich werde jetzt nicht mehr so einen Videoplan einhalten, sage ich mal. Aber wenn ihr dann auch dazu Kommentare habt und so, lasst es mich gern wissen und wir sehen uns bald wieder. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.